so ich weiß was ihr denkt mein kopf ist umgekehrt ich habe mich schon bei isis beworben sie haben sich mein bart angeschaut und meinten ich wäre zu extrem für sie viele leute halten mich für nazi wegen meiner gesinnung ich bin engländer übrigens nichts dass ihr denkt dass ich sprachbehindert bin bin in deutschland wegen einer frau die sie wird in england schwanger musste abhauen bin eigentlich zum zweiten mal in deutschland das letzte mal habe ich deutschland verlassen wegen des rassismus aber ich bin inzwischen viel toleranter geworden bin halb tourist kann man sagen meine mutter war engländerin mein vater war tourist ne mein vater schotter also meine mutter hat die hosen an danke danke das war der erste witz tatsächlich ein witz denn meine eltern sind nicht zusammen sie haben keine beziehung sie waren nicht zusammen mein schottische vater hat sich sehr früh für seine unabhängigkeit entschieden meine mutter musste mir das rosieren beibringen dafür sind meine beine aber seiden glatt ich gehe davon aus dass mein vater samenspender war meine mutter hat gesagt er war ein wichser ich liebe meine mutter ich glaube ich glaube jeder tut das jeder liebt meine mutter da ich mischrasse bin schottisch englisch mischrasse was das bedeutet ich bin dunkelhaarig in den highlands und dann rothaarig in den lowlands was immer so peinlich ist nach einer show mit den anderen künstlern unter der dusche sie verspotten mich wegen meiner roten schamhaare sie nennen mein schwanz pipi kurzstrumpf und deswegen habe ich mich da unten rasiert und zwar mit einem gelett mach drei große fehler rasiert euch niemals bei dreifache schallgeschwindigkeit ich musste eine woche lang damenbinden tragen sehr viel geblutet erinnerte mich an das erste mal dass ich sex hatte da gab es auch viel blut glaube der hämorrhide ist geplatzt also habe ich jetzt noch mal probiert und zwar mit einem gelett fusion rasiert euch niemals mit kernenergie jetzt leuchtet meine geschlechtsteile im dunkeln vor nackteile hat jetzt sind sie leichter zu finden also habe ich jetzt noch mal probiert und zwar mit einem wilkinson so das ist euch niemals mit einem schwert ich habe mir die hoden abgeschnitten habe sie wieder annähen lassen aber jetzt sind sie links rum nun weiß ich nicht mehr ob ich komme oder gehe ich habe noch einen kimmel mit für euch er ist sehr kurz danke 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 schön johnny am schoool so Vielen Dank.